Servus Leute, Matti von Auto Kitchen, ich grüße euch. Ja, heute mache ich Buchenpilze mit Gnocchi. Ja, das Ganze ist ratzfatz zugebraten, angebraten, angebraten, nein, zubereitet. Die Gnocchi, die werden drei bis vier Minuten kurz angebraten in Butter. Man kann auch Pasta nehmen, je nachdem, wie ihr mögt. Und ja, die Pilze fünf Minuten und dann machen wir noch eine schöne Sahnesauce dazu. Das Ganze wird super, super lecker. So, jetzt habe ich genug gequatscht und fangen wir einfach mal an. Und ja, das Ganze wird super, super lecker. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Und ja, das Ganze wird super, super lecker. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Das Ganze wird super, super lecker. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie gesagt, das kriegen ja auch Anfänger ganz, ganz prima hin. Ja, ansonsten hoffe ich, das kurze Video hat euch gefallen und wenn ja, dann abonniert doch den Kanal und dann sehen wir uns auch das nächste Mal und ja, ansonsten macht's gut Leute, ciao, euer Mathieu.